Schaut mal, was ich letztens bei dm gefunden habe. Probieren wir es mal aus. Ich habe mir genau einen Gramm abgewogen, denn das ist die Menge, die benötigt wird, um den deklarierten Schutz von SPF 30 zu erreichen. Oh mein Gott, das sieht echt nicht gut aus. Komm, schnell einen Filter drüberlegen.